Musik Hallo, mein Name ist Jan Schoch und ich schenke der Stadt Essen ein Bild. Es gibt also die Bestrebung, ein Kreativviertel aufzubauen und meine Idee, diese Wand als Leuchtturm, als visuellen Leuchtturm umzufunktionieren und gemeinsam zu einem großen Wandbild zu gestalten. Bei der Auswahl der Künstler und Künstlerinnen war es mir wichtig, zwei voneinander separierte künstlerische Milieus zusammenzubringen. Auf der einen Seite Kunststudenten von Kunstakademien, auf der anderen Seite Interpreten aus dem Bereich Urban Art. Das sind zwei Bereiche, die sich für gewöhnlich in keinem Arbeitsfeld begegnen. Ich glaube, die Chance besteht vor allem darin, dass zurzeit sowohl von Seiten der Stadt Essen als auch von Seiten der Künstler die Bereitschaft da ist. Und zwar eine gemeinsame Bereitschaft. Und jetzt geht es auch darum, Momente der Begegnung zu realisieren. Nicht nur zwischen der Stadt Essen, die von oben herab Kreativviertel betreibt, indem sie Atelierräume zur Verfügung stellt, sondern auch von Seiten der Künstler, die diese zur Verfügung gestellten Räume nun bespielen und beleben wollen. Es ist unsere Stadt und es liegt in unseren Händen, was wir daraus machen.